Herzlich Willkommen zu unserem ORO Videoblog. Heute präsentieren wir Ihnen das Ferienobjekt Boje. Dieses Ferienhaus überzeugt durch seine direkte Ostseennähe und die unmittelbare Nähe zum Weidefeller Sandstrand. Außerdem haben wir einen ganz tollen Vintage-Stil, eine Mischung aus Hafenkneipe und Piratenschiff. Der Abschied fällt schwer, sagt mein Mädchen ade. Leinen los, Santillano. Das kuschelige rote Sofa, verknisterndem Kaminfeuer und der große Esstisch sorgen für gemütlich und Geselligkeit. Und wer genau hinsieht, der wird liebevolle Seemannsdetails finden, von Kieler Woche-Unikaten bis hin zur geheimen Schöpfkarte. Das kuschelt sich schon tief wie das Meer, doch mein Seemannsherr ist brennlich gelohnt. So weit die See und der Wind uns trägt, Segel hoch, volle Fahrt, Santillano. Gade aus, wenn das Meer uns ruft, fahren wir raus, hinein ins Abendrot. Die Segel aufgespannt und dann vor den Wind leinen los, volle Fahrt, Santillano. Siehst du doch... Also ich bin ganz klar Käpt'n. Ging uns so weit die See und der Wind uns trägt, Segel hoch, volle Fahrt, Santillano. Gade aus, wenn das Meer uns ruft, fahren wir raus, hinein ins Abendrot. Ich brauche kein Zuhause und ich brauche kein Geld, leinen los, volle Fahrt, Santillano. Unser Schloss ist die ganze Welt, unsere Decke ist das Himmelszelt. Und hier kann noch ein geheimer Passagier schlafen. Das war unser Videoblog bei Traizoboje. Und wer auf liebevolle Details steht, der schaut sich am besten noch einmal den Lieblingsplatz an. Auf unserer Website. Einfach bei Suchen, dass wir den Hauslieblingsplatz eingeben. Denn im Lieblingsplatz steckt ganz viel Liebe. Und jetzt ist der Grund, wenn die Ausländer ongehebt. ... Institutom주는 Zertig. Und jetzt ist, wie auch noch ein interventions zu werden. ...